Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist ja wieder Fun Day Sunday und heute ist wirklich Sunday, weil bei uns hier gerade in München scheint die Sonne und zwar richtig schön. Also man sieht es vielleicht hier am Fensterspiegel. Da guckst du. Ja, siehst du? Da spiegelt es. Das ist er und da spiegelt es. Weißt du? Gut. Heute machen wir mal wieder ein bisschen, ha ha ha, wie lustige Videos. Ich schmeiß mich weg. Nein, aber heute machen wir mal wieder ein bisschen, äh, ja, lustige Videos. Dann versuche ich mal eine Nicht-Lachen-Challenge alleine. Das ist ja meistens immer lustig, wenn man es zu zweit macht. Da aber aktuell Quarantänezeit für jeden ansteht, ist es mir unmöglich, das irgendwie zu machen. Ich habe das schon probiert mit Freunden via FaceTime, ähm, ist aber nicht irgendwie so cool. Auch die Bildübertragungsqualität ist nicht gerade die beste. Deshalb dachte ich mir, mache ich es mir halt mal allein. Die Videos. Das kommt, sonst kommt es einfach ein bisschen sexistisch drüber. Also mache ich halt die Videos alleine. Also die, ja, ah, egal, wir fangen an. Falle ist Sunday. Wir starten. So, hier haben wir ein Video. Das schauen wir uns jetzt an. Und, äh, das war wirklich sehr gut bewertet. Das habe ich mir davor noch nicht angeschaut. Ich will es jetzt einfach mal sehen. Wir starten mal rein. Wir starten mal rein. Ich bin SOR. Ich bin SOR. Okay, sowas ist ja schon wieder so mein Humor. Vor allem, ich finde, in dem Video sieht man sofort diese Musik, ja. Also er kommt quasi angetanzt und dann kommt hier schon diese trottelige Musik. Da weiß man schon irgendwas gegen die I am sorry. Okay. Äh, gut. Er ist das Video schon mal nicht bestanden. Aber mich bringt man auch schnell zum Lachen. Hier ist ein zweites, äh, bezüglich dem aktuellen C-O-R-A-N-A-Virus. Äh, die darf man ja nicht aussprechen. Schauen wir uns das mal an. Today start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. Okay, ich hab's auch mal gemütlich gecheckt, was sie meinte. Aber, ähm, ich übersetze es jetzt. Naja, eigentlich muss ich es nicht übersetzen, weil... Aber ich übersetze es einfach trotzdem. Nein, ich muss es ja nicht übersetzen. Das versteht ja jeder. Aber egal, ich übersetze es trotzdem. Und zwar, sie, äh, hat ja gesagt, man soll jetzt aktuell wegen dem Virus auffassen, dass man sich nicht irgendwie ins Gesicht langt, in die Augen und in den Mund. Und man blättert sie mal so schön nasser, sattrig um. Oh, auch geil. Ich würde sagen, gleich mal das nächste Video. Seid ihr beinahein? Seid ihr beinahein? Oha. 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 Really, nigga? Oha, das ist echt... Das ist echt rassistisch, Mann. Vor allem... Boah, das ist... Wenn es nicht gespielt ist, wenn es jetzt nicht gespielt war, dieses Video, dann ist es echt mies, Mann. So was... Nee, das ist nicht lustig. M-m. Mal gucken, ob ich das genauso kann wie die Robben. Nein, sie... Sie steckt sich jetzt ernsthaft auf diesen Fisch. Okay. Keine Chance. Was für eine verschwendete Zeit. Das waren jetzt fünf Sekunden. Die sind einfach weg. Die kommen auch nicht wieder. Okay, was ist das... Was war das hier überhaupt? Bayerischer Rundfunk. Eigentlich seid ihr doch eine sehr seriöse und souveräne Quelle. Warum? Warum? Tut ihr sowas online stellen? Was ist... Vor allem... Wo war dieses Video? Wie heißt das hier? Paula und die wilden Tiere. Na ja, liebe Paula, ich glaube, die Einzige, die hier ein bisschen wild im Kopf ist, bist du, weil kein Mensch steckt sich einen ganzen toten Fisch in den Mund, beziehungsweise versucht, eine Robbe nachzuahmen. Genau. Alles ohne Ton. Okay. Sie... Ihr seid nett. Der kleine... Okay, das wäre jetzt wieder so ich. Aber ich verstehe, bevor es die über den Zaun gibt, klar. Sorry. Na ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Wahrscheinlich hat die Mutter von ihr schon die ganze Zeit gesagt, Shania, ich habe es dir schon diesen Mal gesagt, dein Baby ist nicht hier in der Kamera. Und dann macht sie es trotzdem. Tja, Pech, Shania. Wieder ohne Ton. Was ist das? Achso, ein Rettungsring. Nein, der... Okay, dadurch, dass im Hintergrund ein Schiff war oder ist, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber jetzt auf offener See, oder wenn dieser Typ wirklich nicht schwimmen kann, wenn dieser kleine Hund kommt, das könnte Balou sein. Leute, habe ich euch schon mal gesagt, ich war mit Balou mal am Hundesee, okay? Und ich dachte, es wird ein total lustiger Tag mit ihm. Und wir werden alle Spaß haben und jeder geht schwimmen und was weiß ich. Erstens, in dieser Grütze will keiner schwimmen. Weil wo ungefähr 500 Hunde schwimmen, willst du nicht rein. Das Wasser riecht so, wie es aussieht. Es schmeckt auch so, wie es riecht. Und frag nicht, warum ich weiß, wie es schmeckt. Auf jeden Fall bin ich da mit meinem Bruder gewesen und mit ein paar Freunden und jeder durfte schwimmen. Okay, jeder. Es war im Sommer richtig heiß, nur ich nicht. Warum? Sobald ich geschwommen bin, ist Balou mir hinterher geschwommen, hat mich an den Haaren mit seinem Mund gepackt und hat mich wieder rausgeholt. Rausgeholt? Und das ist wieder ein Moment, wo ich jetzt den Raum verlassen werde. Tschüss. Bitte warten Sie einen Moment. Der blonde Spast hat sich in wenigen Augenblicken beruhigt. Da ist er ja. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann an den Haaren wieder rausgezogen. Ich weiß nicht, warum ich nicht mit Schwimmen durfte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was hab ich, was, was hab ich, was ihr nicht habt, hm? Sag's mir. Du hältst deinen Schnauze. Leute, ich bin jetzt nicht geschockt, weil dieser Mann nicht diese geistige Reife im Kopf hat, um zu wissen, dass wenn man ungefähr einen halben Meter von einer Wand wegsteht und gegen diese Wand einen Tennisball feuert, dass man auch damit rechnen muss, dass dieser zurückkommt. Naja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist, jetzt stellt euch mal Folgendes vor, das denke ich mir jedes Mal. Stellt euch mal vor, irgendwas passiert. Ja, keine Ahnung, du hast den davor besucht. Du warst davor bei diesem Mann in der Wohnung. Ihr habt euch gestritten. Die Nachbarn haben es gehört. So, dann sagt er, mein Gott, ich bin zu sauer hier. Ich muss jetzt meine Wüte auf der Wand rauslassen, weil ich kann doch nicht mehr, weil ich das so aspektiere. Und deswegen muss ich jetzt hier auf der Wand meine ganze Wüte rauslassen, hier. Und dann nimmt er diesen Tennisschläger und haut er diesen Ball gegen die Wand und der Ball haut ihn gegen den Kopf. So, wer weiß, ob der ihn an der Schläfe getroffen hat oder sonst irgendwas. Und dann ist der Typ tot. Stellt euch mal vor und ihr wart davor drin, habt ja mit ihm gestritten. Die Nachbarn haben es gehört, könnt es ja bei der Polizei bezeugen. Und wer ist dann am Arsch? Ihr oder ich. Und das ist immer das Schlimme, weil ganz ehrlich, die Kriminalpolizei würde sagen, gut, du hast ihn halt mit dem Schläger umgebracht oder den Ball ins Gesicht geworfen, hast ihn dann mit dem Schläger in die Hand getan und wolltest, keine Ahnung, Selbstmord oder so. Genau. Auch wieder ohne Ton. Eigentlich mal gut zu wissen, es gibt sehr viele Leute auf meiner Hassliste, die oft Radeltouren machen. Vielleicht, falls ihr Tipps habt, wie man sein Auto so zum Qualen bringt, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Oh nein, oh nein. Erstmal schaut er mega süß aus und zweitens, warum sperrt man seinen Hund eigentlich in der Box? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Warum? Also, ich würde Balou nie in eine Box sperren. Für was? Dann hole ich mir doch keinen Hund, dann hole ich mir einen Fisch, wenn ich ihn schon einsperren will. Leute, an dieser Stelle muss ich noch ganz kurz was erwähnen, weil mir das eingefallen ist, ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin, aber ich war neulich mit Balou, das war vor dieser ganzen Quarantäne-Zeit, bin ich Auto gefahren und da fahre ich an so einer Wiese vorbei und da in der Wiese steht ganz groß so ein Schild Brennholzverleih. Und ich bin weitergefahren und irgendwann dachte ich mir, Moment, Brennholzverleih, das ergibt doch gar keinen Sinn, also wie darf ich mir das vorstellen? Ich gehe da hin und sage, ja, ich hätte gerne Schätel Holz und dann würde der sagen, naja, da nimmst du dir den Holzscheitel, ne, Jung. Und dann nimmst du ihn dir und was ist dann? Dann bringe ich ihm die Asche zurück und sage, vielen Dank oder wie? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Brennholzverleih? Ergibt nicht wirklich Sinn, gell? Genau wie Doppelhaushälfte. Macht Doppelhaushälfte Sinn? Finde ich nicht. Oder eingefleischter Vegetarier. Oder Hassliebe. Es gibt ganz viele paradoxe Wörter, die ich einfach nicht verstehe und nie verstehen werde. Wahlpflichtfach. Was habe ich mich gefreut, als ich mich zum Abitur angemeldet habe und es hieß Wahlpflichtfach. Natürlich habe ich keins genommen. Am nächsten Tag kam die Klassenleitung zu mir und sagte, sie müssen da was ankreuzen. Sag ich, warum Wahlpflichtfach? Naja, sie haben die Wahl zwischen diesen Pflichtfächern. Oh, das musst du erst mal kapieren. Musst du erst mal kapieren. Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Es war, ehrlich gesagt, ich fand es jetzt nicht so funny, weil alleine macht sowas irgendwie nie so Spaß. Aber ich hoffe, ihr konntet lachen, weil ihr dieses Gesicht hier gesehen habt. Wenn ihr dieses Gesicht öfter sehen wollt, dann gebt diesem Video doch gerne mal einen Daumen. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auch auf Instagram. Ich bedanke mich, wir verbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb.